Ich liefere Ihnen ein weiteres Rennen. Ein großes Rennen. Ich doppelte Ihr Pferd und erledige das mit dem doppelten Test. Sie verdienen viel Geld. Und meine Schulden sind vergessen. Wir reden hier jetzt nicht mehr über nur ein Rennen. Wie viele? Sämtliche Rennen. Sie gehören mir. Sie wollen nicht. Machen Sie mich zum Gewinner. Und zwar um Rennen. Tja, lieber. Anscheinend kannst du nicht mal aus der Startbox. Das war eine Falle. Damit kommt sie nicht durch. Doch, ich sterb schon. Oh, Ivan. Dritt ist ein Pferd, fünf. Das verliert garantiert, hm? Hier steht alles drin, Horatio. Alle Daten, alle Pferde, alle Rennen. Gott, Ivan, Sie haben Millionen verdient. Bestechung, Erpressung, Rennenmanipulation. Das gibt schätzungsweise 30 Jahre. Das ist eine lange Zeit, lieber. Und dieses Mal gibt es lieber um den Weg die Schuld für Sie auf sich nimmt. Abführen. Wenn Sie bei sich Nagelpilz entdecken, sollten Sie handeln. In nur sechs Wochen beseitigt das Canisthen Extra Nagelset den infizierten Nagelteil. Und die Extra Creme bekämpft die Resterreger. Viermal schneller als jeder Lack. Die sechs Wochen Nagelpilz-Therapie von Canisthen. Mit Geld zur Alternative. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie an einen Sobattotheker. Diese ins weißen Banane wird. Die ultimative Chattelung. Die erfolgreichsten Partie jetzt des neuen Jahrtausends. Freitag 20.15. Untertitelung des ZDF für funk, 2017